Halleluja, 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 Halleluja. Und Sie werden die Grünen für Sie segnen. Aber nicht in der Weise, dass wir denken, dass wir es haben, sondern aus der Zerbrochenheit, und aus der Liebe, die uns für euer Land und für euch. Wir können nur das Geld, was wir selbst empfangen haben. Und da wir Leute sind, die nicht unter dieser Konstruktion des Landes sind? Wir haben, was dieses Land betrifft, eine gewisse Freiheit, um etwas frei zu setzen, dass euch helfen kann. Aber wir glauben, dass wir etwas besser haben. Aber wir werden nur zusammen in diese Dinge hineinkommen, die Gott für uns bereitet hat. Aber zuvor habe ich den Eindruck, dass ich ein Wort zu dieser Nation spreche, dass sie ein Wort haben, insbesondere zu dem Leib Christi, und zu denen, die denken, dass sie zum Leib gehören. Es geht um diese damit, von denen ich vorher schon gesprochen habe, dass wir nicht von Satan überlistet werden. Also, in 2 Korinther 2? oder's? 2 Korinther 2? 2 Korinther 2? 2 Korinther 2, 2 Korinther 2 oder 4? 2 Korinther 2 und 2 Korinther 2, 2 Korinther 3 Autos. Dann kann der Feind uns überlisten. Ihr kennt die Stelle, wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Wenn nicht vergeben wird, der ist nicht gerechtfertigt. Ein Ungerechter kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Gebet eines Ungerechten ist wirkungslos. Das ist jetzt nur umgekehrt zitiert. Es steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel. In Fakt, ich habe es mit den Worten gesagt. Aber natürlich ist das ein Punkt, was der Heilig Geist in diesem Land sprechen möchte. Das ist ein Punkt, was der Heilige Geist in diesem Land möchte. Versöhnung! Versöhnung! Wir haben den Dienst der Versöhnung. Nur wer selbst versöhnt ist, kann diesen Dienst ergreifen. Ich rufe in das Land Versöhnung. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Aber ich weiß, das ist nicht etwas, was man verordnen kann. Du leidest uns zur Umkehr. Umkehr ist der erste Schritt um Vergebung zu erlangen. Wenn wir Vergebung aussprechen, kann Verzöhnung die Frucht sein. Und das Vergebung empfangen werden kann. Und damit Versöhnung hervorkommen kann. In der Art und Weise, dass du das Land so sehr liebst. Heiliger Geist. Die Vergebung des Lande in diesem Land grundlegend Diespannung die Frucht sein. Versöhnung der Vhatin, das die Frucht als getan sind. Versöhnung des Lande in diesem Lande in diesem Lande. Und die Sonne in diesem Lande in diesem Lande, Und alles nidrige soll erhöhnt. Und alles nidrige soll erhöhnt. Da ist der König der Erre ein cias. Da ist der König der Erre. Da ist der König der Erre. Da ist der König der Erre. Er ist der König der Erre. Er ist der König der Erre. Du hast du Jesus versen. Du hast du Jesus versen. Als Versöhnungsdienst gegeben. Und als Leute, die mit dir versöhnt sind, wir proklamieren, dass wir werden deine Werkzeuge reinigt und geheiligt in deine Hände, um zu proklamieren und die Versöhnung zu vollziehen. Erstmal in deinem Körper und deinem Leib und dann in der ganzen Nation. Und wir wissen, dass Satan so viele gestohlen hat. Wir nehmen autorität, dass du uns gegeben hast. Wir bilden Satan. Und wir dringim ihn, dass er zurückbringt alles was er gestohlen hat. Und wir verabschieden, dass in deinem Körper und deinem Körper und den Erre. And we set forth and release the spirit of love with your Holy Spirit to conquer your body, to rest in your body and to create your body in an unity of the spirit. And then this unity to be spread all over this nation. In the name of Jesus, we proclaim reconciliation in this place. Amen. All the walls of division may they crawl down. All walls of competition, walls of indifference, may they crawl down in the name of Jesus. In the name of Jesus, we call upon this nation, reconcile yourselves with God. In Jesus' name, in the name of Jesus, we call upon reconciliation with God. We review all the strife and the quarrel between the church members of the body of Christ. Every appearance of spirit of pride, of arrogance, and against this we proclaim humbleness. The spirit of humbleness, which calls out to say that no longer me, but this Christ living in me. In Jesus' name, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen 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 Amen. Because you were the first to forgive us, you died of the cross, and your blood cleansed us of all our sins, let us pray that this blood to clean us, to clean the whole nation, so that we might be humbled. To give you praise and glory, you are our King, you are named above every other name, we thank you God for this blessed time, for this unity, and make so that we everywhere we go, in our churches, in our families, in our friendships, we can proclaim, with loud voice, that only you, Lord, are the Savior, you are the Creator, that has created everything that belongs to you, Lord. We thank you, and bless all the brothers and sisters, and I am filled with the heart for joy, you have made me youth, you have given me peace and healing, I thank you, my God, I bless your holy name. Acknowled cuirë Acknowled cuirë Acknowled cuirë Acknowled cuirë A umbrell when she Sergeant Profirë Musik Aber alles, was den Namen Kirche Jesu Christi hält, spreche ich Gottesfurcht aus und spalte Dreue Apprendisse. Gottesfurcht Dreue Apprendisse Mos jeni të konfirmuar me të bot, por transformuoni me një gjashmëjn e Kirche. Des licht leuchte, dhe dem licht kan niks fëborgen bleib, me dritën asgjë, s'mu t'jete fshehur, alle Absichten koman an den Tag. The chief shall limit vina to dit. Und die Ehre gehört einzig und allein dem Herr und König Jesus Christus. De la via i choft vetum, sotet and braided Jesu Christus. Amen. Halleluja. Amen. 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 Amen.